Sims 4 ist auf heute gratis und darum solltest du es dir jetzt auch direkt holen. Du kannst eine Toilette als Kopf haben, deine Aggressionen so richtig rauslassen, mit dem Sensenmann flirten, wahnsinnig heiße Techno-Mächtel haben, bescheuerte Produktbeschreibungen lesen, du hast grundlegende Bedürfnisse und John wird sich darum kümmern. Danke John. In einem Tag die große Liebe finden, heiraten und Babys bekommen und es ist halt einfach gratis.